Musik Ein Klassiker ist das sympathischste Automobil, das es gibt. Musik Die Autos sind schön und die Menschen, die dieses Auto schön finden, sind auch nett. Musik Das ist wie eine große Familie. Ich habe eigentlich noch nie einen Deppen in unserer Szene erlebt. Die 14. Classic Expo hier in Salzburg. Hier trifft sich die Oldtimer-Szene und das nicht zu knapp. 30.000 Menschen an einem Wochenende lassen sich von diesem herrlichen Blech hier begeistern. Autos, soweit das Auge reicht. Mehr als 600 ausgestellte Fahrzeuge in neun Hallen und nicht jeder ist kronblitzend. Musik Gerade die letzten zehn Jahre haben sich da viele Trends abgezeichnet. So wie dieses Hobby vor 40 Jahren mit den halbverrückten Schraubern begonnen hat und irgendwann einmal die Investoren am Plan treten sind, ist natürlich alles nach oben gegangen. Die Preise waren natürlich teilweise schon überzogen. Jetzt stagniert das Ganze ein bisschen, der Markt beruhigt sich. Was natürlich uns ein bisschen entgegenspült, weil es dann natürlich mehr Aktivitäten entwickelt und sagen, okay, jetzt muss ich was tun. Absolute Hits waren die Sonderausstellungen 70 Jahre Porsche und 110 Jahre Carlo Abarth. Abarth zu fahren, das ist harte Arbeit. Das ist ein Kröllen der Motoren. Wir haben Drehzahl jezeit von 8.000 Touren. Das würde es heute so nicht mehr geben. Musik Die 70 Jahre, die verfolgen mich schon das ganze Jahr. Aber es ist eben, 70 Jahre ist halt schon ein Wort. Sind Sie froh, wenn das Jahr dann vorbei ist? Ja, es ist ja schön, dass es uns so lange gibt. Zeit für eine kurze Bilanz. Die rund 100 Autos der Dorotheum-Versteigerung wurden fast alle gut verkauft. Der Elvis Cadillac übrigens um 69.000 Euro in die Schweiz. Das Abschlussresümee fällt daher positiv aus. Die Aussteller waren zufrieden und haben der Classic Expo ein sehr gut gegeben, was Qualität und Quantität der Besucher betrifft. Die Classic Expo ist erwachsen geworden und zählt, so die Aussteller, zu den besten in Europa. Wir làm es nicht so lange. 8.000 Poker und Ontתropen 8.000 Sophie 8.000 Vielen Dank.